Breslau, eine Handvoll Informationen über die Stadt Für alle, die Breslau besuchen wollen, habe ich ein paar allgemeine Informationen über unsere Stadt in Bezug auf Sehenswürdigkeiten, Kuriositäten und Statistiken vorbereitet. Bevor Sie mit dem Erkunden beginnen, lohnt es sich, sich mit diesem kurzen Material vertraut zu machen. Und wenn Sie dabei etwas finden, das Sie vorher nicht wussten, dann bin ich zufrieden. Ich lade Sie ein zu meiner bescheidenen Präsentation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und vielen anderen Elementen, über die Sie mehr erfahren werden, wenn Sie uns besuchen. Wir freuen uns auf Sie!